Wenn ihr erwacht, dann stellt sich das Schaf halt tot. Und genau deswegen sind wir da. Thomas Jefferson hat auch mal gesagt, wenn das Volk Angst vor den Regierenden hat, dann ist es Tyrannei. Wenn die Regierenden Angst vor dem Volk haben, dann ist es Freiheit. Und wir sind hier, um ihnen das fürchten zu lernen. Wir werden dieses Spiel immer mitspielen und wir hoffen ganz offen dazu ab, nicht mehr Folge zu leisten, dieser Tyrannei. Wir sind die Löwen und sagt keiner was. Wir brauchen uns nicht fügen. Wir entscheiden, weil ich bin frei. Und wir werden auch heute ganz was Bauernbrettiges vorstellen. Und wir werden heute vorstellen, wie wir alle aus diesem Spiel herauskommen. Weil dieses Corona ist ein riesiges Stadion. Und jeder schaut nur auf diesen Boy, der Corona hat. Und das Spiel ist total unfair. Und es interessiert überhaupt gar nicht, ob das Spiel fair ist. Es geht nur um diesen scheiß Boy. Und wir gehen heil aus dem Stadion und spielen unser eigenes Spiel. Und ich möchte euch jetzt Klaas Erster in Yassir auf die Bühne bitten. Lieber Yassir, bitte komm herauf. Bitte.